Was will ich nochmal? Achja, Wetterfee. Ja, und die knallt dann voll mit dem Gesicht in die Kamera rein. Du verstehst doch nur die perversen Ausdrücke, oder? Nein, du sagst halt immer die perversen Ausdrücke. Du willst schon. Deine Ausdrücke in Kombination mit deiner Stimme sind halt unwiderstehlich. Boaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Kein Locasus, jetzt. Ne, das passiert nur, wenn wir endlich das perfekte Level schaffen. Ja, wenn es schaffen, du schaffst ja eh nicht. Oh oh, wenn wir das schaffen, oh oh und was erwartest du dann, oh oh! Hauptsache ich nehm's auf. So, geschafft. Ich brauch auch gar nicht leben, dann hast du nur noch 10 ungefähr. Und wenn dir das reicht, dann kannst du jetzt zurückkommen. Wenn nicht, dann holst du noch bis 40. Okay, dann brauchen wir nicht mehr. Zum Glück nehme ich gerade wieder auf, das kann ich wieder reinschneiden. Ah, meine Hals! Deiner Hals? Ja, ich bin voll erkältet und so. Dann schreie nicht so rum. Ich muss aber rumschreien. Stimmt, du kannst gar nicht anders. In deinem neuesten Video Zelda, da hat dir gleich einer geschrieben, nicht so laut. Ja, ist mir doch scheißegal. Ich schreie halt gerne rum. Ja, du warst aber gar nicht so laut. Ja, dann müsst ihr halt, das müssen doch die Abonnenten von mir schon gewohnt sein, ey. Ja, und du warst gar nicht so laut an der Stelle, ich habe gleich geschrieben, du guckst die noch nicht lange, oder? Denn du bist so viel lauter. Echt? Ja, das war nichts, das war gar nichts. Also, ich bin normalerweise taub nach so einem Video, aber diesmal nicht so. Anscheinend. Ja, ja, ich schreie gerne rum. Oh, schon 30, cool. Du bist mit vollem Elan dabei, ist doch perfekt. Ja! Und ich habe doch nicht mal die Augen zu. Wo sieht man das noch? Oh, ich drücke auf Knöpfen! Glaube ich. Wo denn sonst? Oder spielst du mit ner V-Mode? Genau, ich spiele mit ner V-Mode, genau. Du schlägst vor deinem Monitor rum. Hüpf und Zunge raus. Das kommt auch irgendwann, da muss man als Yoshi... Ja, das mache ich jetzt immer. Mach das. Ja, mach das. Ja, mach das. Ja, das ist okay. Aber für die nicht zu viel Spucke. Ich will hier mal rein. Spannung. Gleiches geschafft. Oh mein Gott, das ist doch spannend! Orgasmus pur. Ich glaube, dieses Video könnte ein Oscar-Preisträger werden. Ich schneide es ja eh nur mit Ausschnitten rein ins richtige Video, weil es keiner komplett sehen will. Was machst du? Start Select? Ups! Start Select. Oh, oh. Start Select. Perfekt. Jetzt bin ich dran. Ich bin aus Versehen drauf gekommen. Ich wollte dir eigentlich diese verfickten Läden geben. Kannst du später machen. Weiter geht's. Wie geht das? Das mit LR oder so. Dann kannst du mich in deinem Leben teilhaben lassen. Lass mich in Ruhe. Okay. Tschau. Was? Hast du gesagt, du sollst dich in Ruhe lassen? Nein, ich meine diese scheiß Butler. Ja, dann sag das doch! Ich bin an der hier. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Ich will noch niemals irgendwas Negatives zu dir sagen. Nein, du musst die Vans schon richtig ansprechen. Herr Butler, bitte gehen Sie mir aus den Augen. Okay. Ihren Gehaltscheck können Sie später abholen. Ey, du bist doch überhaupt nicht der Inhaber der Villa. Noch nicht. Aber wenn ich den Hausherrn besiegt habe, dann schon. Jetzt bin ich schon wieder klein. Jetzt sterbe ich gleich wieder. Siehst du? Ja, wieso gehst du auch in die Lücke rein? Weil sie mich einfach umschlingt. Sie ist zu groß. Alter. Und zu trocken. Ähm, ich hab grad... LR oder so. Ich hab grad ein Problem. Schultertasten hast du dir nicht belegt oder so? Super. Komm am besten erstmal zu mir und dann versuch es. Nur so ein Vorschlag. Dann kannst du im Notfall nämlich noch das Level versuchen. Oder du warst wirklich Game Over gegangen. Dann geht's ja automatisch. Ja. Warum nicht gleich so? Ich bin ja versucht in einem anderen Level mir einen Pilz zu holen, damit ich hier schon mal mit Vorteil reingehe. Vorteil reingehe. Oh Mann, das ist der... Also der wär jetzt wirklich schlecht. Was ist das? Der war doch... Ich guck zu viel Cold Miro. Wär echt wahr. Hä, wieso Cold Miro? Die hat doch nie so... Oder? Die macht ähnliches, ja. Ja, ähnliches, aber die hat sowas... Ja, man will halt nachmachen. Man will Angriff von den Erfolg. Und... So. Also ich... Ich guck... Scheiße! Haha. Ich guck der Zeit zu viel Pete's Meat. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Ich kenn fast niemanden. Jetzt nicht mal... Ah, gut. Und geh rein, geh rein, geh rein! Ah! Oh mein Gott! Oh Mann, es geht weiter. Keine Chance. Oh, oh, ah! Ich kenn das Level, ich kenn das Level. Das sind Geister. Ja, ich weiß, aber... Ich will den Block. What the fuck? Ich lebe noch! Warum lebe ich noch? Ja. Da hoch muss ich, gell? Ja. Ich weiß das zufällig, weil ich... Der hilft dir Geister. Da muss ich die von da drüben holen. Oh, diese Ringe, diese... äh, nicht Ringe. Was sind das denn? Laser... Oh, Laser heißen die, glaub ich. Lasergeister. Hallo, gell? Ich muss die holen. Es gibt da rechts auch noch welche, aber die sind viel weiter weg. Oh, wir sind jetzt noch da. Scheiße. Einer. Schau mal schön her. Denn man kann hier ganz viel Zeit verplempern und dann verlieren, wenn man... rechts erstmal weiterguckt und dann rausfindet und muss eigentlich hier hin. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Ich frag mich ja, warum die Geister nicht durch Wände können. Konnten sie nämlich nicht gerade. Meinst du? Keine Ahnung. Vielleicht waren es... Ja. Ja. Baby. Plasmageister. Gut, dass dir das jetzt eingefallen ist. Komm zu mir. Okay. Ich habe übrigens 40 Leben und du? Ich habe 2000 in meinem Herzen. Ja, ja. Du bist doch keine Katz. Ähm, die hat nur neun. Oder waren sieben? Neun. Neun. Katzen haben neun Leben. Es sei denn, sie treffen einen Toast. Was? Ja, irgendwie so ne Anspielung auf den Witz, der man Toast mit Amelade irgendwie an ne Katze bindet, weil ja beide nie irgendwie am Rücken fallen. Ach so. Leo und so. Oha. Was ist das? Was ist das? Das ist das Level, das ich gemeint habe. Und ich esse das Ding auf und er springe hier drauf und nehme das hier und springe hier. Ich bin gespannt, was du gemeint hast. Ach doch, ich glaube, ich erinnere mich. Das kann sogar sein. Da musste schnell genug sein. Genauso war das. Das war nicht ne bestimmte Zeit, sondern einfach nur schnell genug. Aber jetzt willst du schon viel zu lang sein. Egal. Es sind verschiedene... Oh, ich hab das Teil gefressen. Njam, njam, njam. Hm, gut. Du siehst schon, dass das ein ziemlich komische Böden sind. Da musst du auffassen. Ich weiß. Ziemlich schräg und ohne Halt und Netz. Netz. Netz und doppel und Wohlen. Wieso ist da kein Netz? Das ist ja voll unsicher. Ich ruf gleich den TÜV an. Mach das. Los, renn! 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 Ignorier alles! Renn! 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 Oh, man. Da warst du auch. Ich weiß nicht, will ich euch überhalten oder ist es ohne einfacher? Man rutscht, man rutscht. Man rutscht auch mit dir, also ohne ihn. Ja, aber nicht. Ich glaube dann ist es einfacher Mario zu kontrollieren, weil man dann auf seinen eigenen Füßen steht. Geschafft. Mehr schlecht als recht, aber ich bin noch groß. Höhöhöh, beinah nicht mehr. Kann der lang Feuer sprungen? Ist ein ganz kleiner. Ja, der hat einen ganz großen. Genau, das meint ich damit. Also einen ganz großen Feuerstrahl. Ja, natürlich. Deine arme Stirn, nicht so fest. Basepaam! Mach schnell, dann kannst du mir zeigen. Lass das Sprungröte am besten einfach in Ruhe. Oder... So. Ich vermisse irgendwie Schildkröten, die gab es lange nicht mehr. Hä? Schildkröten? Die kamen doch grad. Echt? Ach so, da, ja genau. Aber hier nicht. So, ich mach... Was ist eigentlich da drin? Ach, da ist der Entschwung. What can do to... Okay, vergessen wir das. Eigentlich. Machen wir es ganz... Bleib da. Subtil. Oh, super. Deswegen, jetzt soll man Zeit verschwenden. Leben oder... Pils? Warum... Scheiße Yoshi, das will ich gar nicht. Aber eine gute Schnitzung. Meine arme Stirn. Puh. Dein Stirn? Bestimmt wird sie gleich wieder besudelt. Ach, Dein Stirn? Ja. Wie ich schon sagte. Puh. Das war... Gut. Das war... Noch gut. Das war guter. Das war schlecht. Das ist nicht so leicht. Ohhhh. Game over. Du bist tot. Und du kannst mich wieder zum Leben erwecken. Nur du. Und wie? Mit Falltasten. Glaub ich. Oder A, B, XY, LR. Genauso. Wie viel ist mein Leben wert? Nein, gib mal... Gebt es zurück. Ich kann nicht. Du musst es machen. Ich kann gar nichts machen. Gebt es zurück. Ich weiß aber nicht wie. Start oder A. Perfekt. Ach was, ich geb dann auch wieder zurück. Ist doch klar. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie funktionieren gerade meine Links- und Rechts-Tasten nicht. Soviel zum neuen Supercontroller. Ich verstehe es auch nicht. Aber du gehst gerade nach rechts und auch nach links. Nee, ich meine die oben oberen... Ach so, die kann natürlich schon wechseln. Irgendwie war es dann noch zu langsam scheinbar. Komisch. Nee, ich glaub die Welt verändert sich, wenn man die hier durchschafft. Ach so. Danach die verändert sich dann. Ich probier jetzt mal einfach ganz schnell zu sein. Einfach mal probeweise. Bitte, 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 bitte. Hier sind wir das. Here are the coins. You can't... So. Ich wollte es doch vorlesen, aber du machst... Kannst du machen, wenn du dran wüsst. Okay, dann lese ich's vor, aber ich werd's vergessen. Schalalalalala. Da ist das Level ja. Das können wir schon. Lalalalalala. Das ist viel schwieriger als es aussieht. Hier ist Schokolade. Yum yum yum. Wie hoch noch? Voll in seine... In seine Gedärme. In seine... In seine Bauchenarbeit. In seine... Oh mein Gott. Wow! Hä? Here are the coins you collect, or the time remaining can change your progress. Can you find a special goal? Hast du das verstanden? No. Ich glaube irgendwie es liegt an Münzen. Auf jeden Fall habe ich Coins gelesen und das heißt Münzen. Wir spielen ein englisches Spiel und können kein Englisch. Wow. Du spielst ein englisches Spiel und kannst kein Englisch. Das macht Sinn. Und du spielst Mario und kannst kein Mario. Ich glaube nicht... Er.. Also... Ja ist das gatherings.